Wie ist es zu deiner Sammelleidenschaft, möchte ich das gerne nennen, gekommen? Das hat vor einigen Jahren angefangen, als ich selber ein altes Auto gefahren bin und da war mein erster Gedanke, ich will passend angezogen dazu sein. Das war ein Auto aus den 50er Jahren und habe gesucht und gesucht und wenig gefunden und ja, aber mit den Jahren kommt da doch einiges zusammen und nicht nur aus den 50ern, sondern halt wie gesagt aus 20er bis 70er Jahre. Wie kommt es dazu, dass man dann plötzlich so viel hat, dass man einen Laden eröffnen kann? Es gibt einfach so viele schöne Sachen und es gibt ganz viele Sachen, die mir halt nicht gepasst haben, ich trotzdem gekauft habe oder irgendwie bekommen habe und irgendwann, als es dann so sechs, siebenhundert Kleiderwaren plus Handtaschen, Handschuhe, Schuhe, Hüte, also alles, was dazu gehört, haben wir überlegt, machen wir was draus. Und wenn Sie schon glauben, er kommt nie vorbei, finden Sie den einen, der sich in der Neue, Ändern, der sich in der Zeit valtow, der sich in der Zeit umleitern muss, wenn Sie sind. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können Sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch seh'n. Die Besonderheit ist ja, dass das alles Originale sind. Was kann man dazu noch genau sagen? Es gibt immer nur eins in einer Größe, in einer Farbe. Und dann kommen die Damen, ich hätte das gerne aber in Rot, in Blau oder wie auch immer, eine Nummer größer, eine Nummer kleiner. Und da haben wir irgendwann überlegt, dann machen wir alte, neue Kleider. Wie geht das ganz genau? Ich habe hier ein ganzes Regal voller alten Zeitungen zum Beispiel. Ich habe alte Bilder und da können wir uns einfach durchwühlen und auch aus verschiedenen Kleidern zusammenstellen zum Beispiel. Karlas Modeladen etabliert sich in Köln. Es ist seit Januar 2012, eigentlich noch recht früher ein Datum. Wo soll das Ganze denn vielleicht mal hingehen? Gibt es irgendwelche Pläne? Also ich würde mich freuen, wenn wir ganz viel Besuch hier bekommen und einfach noch mehr Leute, die Freude an den alten Schätzchen haben. Dann bedanken wir uns sehr und hoffen natürlich für die Zukunft alles Gute und weiterhin auch selbstverständlich viel Erfolg. Köln. 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 Doch dein letztes Blatt gabst du nem Mandan-Mann Und man liest die tausend klugen Sprüche Die an dem Wort geschrieben stehen Doch keiner sagt dir die Lösung Für dein jetziges Problem Dann sing on, on, on Mit der Rolle in der Hand Sehst du den Schick-Schick-Iwama-Song Dann sing on, 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 on Mit der Rolle in der Hand Sehst du den Schick-Schick-Iwama-Song